Mein Freund hier. Wir sind hier auf dem Disco Contact 2015. Schöne Grüße vom Disco Contact 2005 an Gino Wild, an euch alle die Gino Wild Fans. Ich habe schon ein bisschen getrunken. Guck mal, den ich getroffen habe. Der Klaus, der Klaus. Aber ich flieg gleich eine Runde mit Golden Eagle. Das ist Gino Wild und der macht Musik. Lasi fünf Euro heißt zum Beispiel ein Song von mir oder läuft bei dir. Was sagst du? Lasi fünf Euro heißt zum Beispiel... Nee, mir gefällt lieber läuft bei dir. Ja. Schöne Grüße. Hi. Gino Wild. Jetzt geht es los. Disco Contact 2015. Wir starten. Yo, wir sind drin Freunde. So. Ich zeige euch jetzt ein bisschen was es hier so geboten gibt. Später kommen dann ein paar prominente Leute. Hier geht es schon los im ersten Gesenk. So Freunde, jetzt gehen wir an den Stand, wo ich eigentlich dabei wäre. Freunde, da kommt dann mein Freund hier. Servus, hallo Tag. Hallo Freunde. Kannst du mal Hallo zu meiner YouTuber-Sage? Hallo YouTuber, alles klar, alles fit bei euch. Wir sind hier mit Disco Contact 2015 in Essen. Und ich schau bei euch geht es gut. Wir sind drauf und dann sind wir noch unterwegs heute. Mindestens morgen früh bis es hell wird. Ja. 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 Jo Freunde, hier stehe ich neben dem J-Frock. Wir sind hier im Disco Contact in Essen. Und wir kennen uns schon länger. Und er legt heute einen Pioneer Floor auf. Das zeige ich leider auch noch ein bisschen. Oder? Ja. Schön dich mal wieder zu sehen. Sehr geil. Ihr müsst alle euch anhören. Gino Wild. Läuft. Läuft bei dir. Läuft bei euch. Läuft bei Gino. Alles geht ab. Okay Freunde, bis nachher. Bis später. Jo Freunde, wir sind keine 20 Minuten da. Wir haben schon das erste Bier in der Hand. Das ist jetzt jede Porno Klaus. Da laufen wir jetzt gleich mal hin. Ich zeige euch mal hier. Ich habe Gänsehaut. Ich stand gerade bei J-Frock. Der war bei Scooter. Glauben wir mal zum Porno Klaus und zum Ulf. So. Hallo. 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 stood Tune with God. Here we go. But please welcome each other. So now. 例えば you need to be a red. So near the V principle. We are on's venus next week, right now. Tomorrow or tomorrow alleged lovino. gazo or saver nine to be a red. And thank you here. So my dear friends, welcome to all the international fan of the V mouth. Cine as well andeman. Everyeria I snacked. Thank yous. I'll miss you. I'll miss you. I'll miss you. I'll miss you. I'll be my trainer. Seows down. Nach, wenn ich einige Versprecher drin hatte. Hier, Blasen für 5 Euro, oh mein Gott, jetzt sofort oder wann kann ich den Gutschein einlösen? Später, gut, ich komme drauf zurück. So heißt einer meiner Zuhörungen zu pflegen, Blasen für 5 Euro. Der ist nicht mehr läuft bei dir als mein aktueller. Gehen wir mal zum Klausi. Okay, okay, danke. Bis dahin, mach's gut. Meischa, Servus. Hallo, Freunde, guck mal, wen ich getroffen habe. Was ändert er denn noch? Der Klaus, der Klaus, aber ich flieg gleich eine Runde mit Golden Eagle, ja? Okay, und ich flieg zum Marschlein. Alles gut, ja? Ja, selber. Auch alles super. Alle Jahre wieder. Freitag, Samstag wollte ich auf die Venus, aber ich bin woanders als Dietrich. Ich bin da, ich bin da. Ich hab's mir gedacht. Freunde, wenn ihr ihn nicht kennt, dann googelt einfach mal Big Brother Klaus, aber die kennen ja eh alle, oder? Nein, nicht alle. Ich bin ein C-Promi. C, C-Promi. Freunde, bis dann. Freunde, ich hab hier grad was Geiles verkatert. Und zwar so ein Wändchen, das bei Bewegung reagiert. Beim Tanzen oder so. Freunde, hier Disco-Kontext. Hier trifft man alle paar Sekunden jemanden. Das ist echt extrem. Da, Leute. Eines will ich anziehen. Freunde, bis gleich. Ja, Freunde. Hier ist Senna. Hallo, Freunde. Servus. Ich steh hier grad neben der Senna. Die kennt ihr bestimmt noch? Ja, hallo. Ich seh aus wie ein Fisch. Oh mein Gott, das ist ja voll schrecklich. Das ist Gino Wilde und er macht Musik. Lade 5 Euro heißt zum Beispiel ein Song von mir oder läuft bei dir. Was sagst du? Lade 5 Euro heißt. Nee, mir gefällt lieber läuft bei dir. Ja, das andere gefällt mir nicht. Ganz ehrlich zu sein. Oh Gott, wie das aussieht. Jo, Freunde. Jetzt sind wir hier irgendwie in der Halle. Das Ding ist so riesig hier. Hier ist Unternehmensabend. Hier wird Zeug besprochen über Diskotheke und aktuelle Themen. Jugendschutz und sowas. Ja, aber will ich der Vorträge anhören? Gut. Und, Freunde. Laufen wir mal da lang. So, hier haben wir einige vor die Zelte. Drinnen ist jetzt die Diskothek noch. Jetzt machen wir gleich mal ein Handyvideo, dass die Facebook-Leute auch auf Trap sind. So, Freunde. Dann sag ich mal bis gleich. Jetzt mal ein Handyvideo. Schaut auf Gino Wald im Facebook vorbei. GinoWaldTV. Ich bin der Gino Wald. Ich mach YouTube. Hallo. 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 Hi. So, Freunde. Jetzt gehen wir mal in die Jägermascha. Grüß Sie hier. Wir sind nicht Spaß. Schau. Ich geh das mal kurz gerne. Hallo. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken uns jetzt noch weiter um hier, machen ein bisschen Party. Trinken neue Kleinigkeit, gibt ja nicht allzu viel. Im Standkriegsgetränke, hier eine Mundkülle. Ab und zu noch was essen, Kleinigkeit. Und dann geht's weiter. Zwei Red Bull noch, dann fliege ich weg. Und bis später.